Ohohoho. Servus Leiden, was geht? Bin gerade unterwegs in Innsbruck und das Witzige daran ist eigentlich, dass Dänemegeske da zufällig ist und Martin Südoströme auch. Und jetzt haben wir uns spontan auf der Ridingstätte getroffen und das ist saugeil, dass das endlich mal geklappt hat, dass wir alle drei zusammen kommen. Vor allem habe ich wegen dem Danny damals zu weichen angefangen, deswegen ist er mega geil. Jetzt können wir ein paar Clips filmen, let's go! Du bist gut? Ja. Ja, da ist es! Das war ein guter. Alles gut. Oh, he got it! Stunt! Oh, ja! Ah! 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 Ich bin der Backflips. Ich bin der Main-Man selbst, Mr Flip. Yo, Mann! Ja? Du bist gut. Das war ganz nah. Das macht mich so dumm. Ja, Mann! Ja, Mann! Das war 16! Das war großartig. Wir haben das gemacht. Ja. Max, vielleicht stehen auf der anderen Seite und du darfst flytten. Du kannst den ganzen... Dirtyhut. Dirtyhut. Whatever, dude. There we go. And there we go. That was fun. I was like... I was like... That was the most out of control. Das ist nicht gut für die Harts. Oh, das wird unglaublich! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020